Hallo liebe Kinder, ich bin's, das Klapustri-Monster. Willkommen im Basic-Video zu der Verbindung der vier Grundrechnungsarten mit Dezimalzahlen. Damit ihr mich sehen könnt, schaut bitte auf ein Blatt Papier oder auf einen Computer die Klapustri-Regeln auf. Dafür drückt jetzt auf Pause. Ich hoffe, ihr könnt euch daran noch erinnern. Wenn nicht, helfe ich euch dabei. Zuerst die Klammer ausrechnen, um die Zahlen aus den Fängen der Klammer zu befreien. Dann kommt die Multiplikation und die Division. Zu guter Letzt noch die Addition und die Subtraktion. Sehr gut, nun lasst mich die Geschichte von Robin weitererzählen. Wenn ihr euch erinnern könnt, fand Robin im Intro-Video eine Karte. Diese Karte führte ihn zur Ruine Honeck, ganz in die Nähe von meinem Versteck. Dort, hoch oben am Ruinenturm, fand er eine bereits gelöste Rechnung. Da Robin die drei wichtigen Regeln schon kannte, machte ihn gleich etwas stutzig. Schau dir die Rechnung genau an. Fällt dir etwas auf? Drücke Pause und finde heraus, was Robin stutzig gemacht hat. Robin rechnete also nach. Zuerst muss ich die Zahlen aus der Klammer befreien. Das ergibt 8,4. Nun kommt die Punktrechnung. Vor der Strichrechnung, also 113,4 dividiert durch 8,4. Das ergibt 13,5. Ah, ich glaube hier ist der Fehler passiert. Es wurde die dritte Regel vor der zweiten verwendet. Zuerst wurde er subtrahiert und dann erst dividiert. Also 8,4 minus 4,2. Das ergibt auch wieder 4,2. Danach wurde 113,4 durch 4,2 dividiert. Das ergibt 27 und ist natürlich Blödsinn. Diesen Fehler mache ich aber nicht. Ich mache mit der richtigen Rechnung weiter. Zum Schluss werden die 4,2 von den 13,5 subtrahiert. 9,3 ist also das richtige Ergebnis. Spitze! Es wurde also die zweite Regel mit der dritten Regel vertauscht. Und so wurde das Ergebnis völlig falsch. Als Robin dann das richtige Ergebnis einritzte, öffnete sich hinter ihm ein alter, geheimer Gang, der tief in das Innere der Ruine führte. Langsam kroch er hinein, immer tiefer in den Bauch der Ruine. Als Robin langsam um meine Ecke schlich, starrte ihm plötzlich ein alter, zittriger Mann direkt in die Augen. Endlich! Du musst mir helfen. Seit Jahren schon versuche ich, das Klappostri-Monster zu finden, um Erleuchtung zu bekommen. Hilf mir mit der Inschrift an der Wand. Der einzige Tipp, der hier versteckt war, sind diese 4 Klammern. Die Rechnung stimmt so nicht. Kannst du sie lösen? Finde heraus, wo die Klammern gesetzt werden müssen, um das richtige Ergebnis herauszubekommen. Drücke dafür nun auf Pause. Wenn ich keine Klammern hätte, müsste ich zuerst die Multiplikation ausrechnen. Da ich aber 4 Klammern habe, setze ich sie so, dass zuerst die Subtraktionen ausgerechnet werden müssen. 20,1 minus 12,016 ergibt 8,084. Gleichzeitig kann ich die andere Klammer ausrechnen. 14,43 minus 11,93, das ergibt 2,5. 8,084 mal 2,5 ergibt 20,21. Also stimmt es! Als Robin, den alten Mann, seine Lösung verriet, staunte dieser nicht schlecht. Plötzlich erschien aus dem Nichts ein neuer Hinweis auf mein Versteck. Wenn du Robin weiter auf seiner Suche begleiten willst, klicke auf das Video Verbindung der vier Grundrechnungsarten mit Dezimalzahl Mastery. Mal sehen, ob er es schafft, alle vier Grundrechnungshatten zu verbinden.